und weiter geht's hier mit dem riesen monster und die brust ist kaputt nicht kennen genau wie hieß er noch mal die brust du hast die brust erfolgreich kaputt gemacht jetzt erst ja der brust ist kaputt er leuchtet nicht mehr und ich kann seine beine treffen ja 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 du kannst jetzt irgendwie alles fuck heal fuck heal fuck this shit heal warte ich guck mal wie schnell ans wind da hier haben keine hilts mehr so und stirbt ich auch warte hier beim bbm schon wieder warten ja noch mal kann ich habe mich gar nicht bewegen wie geil so ich habe gemacht wir können das schwer nutzen das soll man vielleicht auch tun ist schon wieder aktiv macht der schaden und dann auch ballisten money ist er geht wieder ins wasser vielleicht fliegt er ich glaube der macht sich wieder heiß stimmt es könnte sein leister der warmes aufladewasser akku wasser war kann man nicht abtrennen bestimmt so lang wie der ist der ballisten monika nur einmal nehmen ja sagt doch ja er richtet sich sehr arg richtung wasser bin ich schade weil halt der teil fertig ist ne wo wir das rohner geht ja dann das mal so ein bisschen richtung ballisten scheiße nicht ballisten ja dieses diese schwer drachensperre oder was ja da kommt aber gar nicht hin bestimmt gleich oder ja so in zehn minuten bestimmt wird jetzt noch eine zweite phase und noch seine kollegen wie sich dann anhört genau los ratalos helft mir er kommt oder genau ratalos lagia kurs alle monster die jemals getötet habt ich weiß mal wieder meinen meinen schwert scharf ich habe irgendwie angst dahin weil er mich wahrscheinlich dann worden hätte wie schon mal auch bei dir war da gerade auch ein one hit ja ich habe noch nicht gewonnen hat wird dann hat er dich noch nicht richtig erwischt denn einmal mit seinem riesen cock auf mich geschlagen und dann war ich da und klingt ja nicht so geil ja ich warte gerade auch so ein bisschen da sagen wir sie ein bisschen bewegt ich glaube nicht dass du ihn im wasser erwischt nein nein ich meine gerade das halt ein bisschen in die richtung geht oh fuck oh shit oh shit oh fuck oh shit so nah am schwanz so hier geht glaube ich wieder ich versuche auf seinen rückrat eher einzuschlagen das sieht so nach so einer sicheren stelle aus ja so runter ist ja oder ich mache mal ganz wichtige nicht mal immer guck mal ich habe getötet damit geil mit dem fachball ja da draußen das viech war jetzt aber einfach ja geht ne dieser one hit war krass miral feuerrücken ja aber für so einst so wie das jetzt gerade schon wieder von dem gildenmeister angepriesen wurde das ja aber ich habe ja groß ja ja irgendwie wieder leicht über über dramatisiert okay ich habe hier fertig gelootet wo kann man noch am hals bin ich jetzt gerade jetzt kann man noch weiter nach vorne am schwanz hinten kann man guten im körper und am kopf wahrscheinlich und da nur eine minute das ist auch durchgelöst ja das monster zu viel tut dass du nicht fährt das finde ich irgendwie total richtig scheiße total richtig scheiße ich weiß nicht wo ich hier bin aber ich bin mittendrin strömendes magma auch cool kommt gerade noch zu ende looten das letzte teil hat mir noch gefehlt ja ich glaube ich habe sieben oder acht mal konntiert ich bin ich voll schade wenn man körper toll eroberer siegel wow dreimal ne drei habe ich miralisch schmelzer uralte scherber habe ich bekommen ich auch und paar amulette unsterbliches herz und miralisch schmelzer miralisch schmelzer hatte ich auch wow benutzte klingen benutze gewehr lanze obwohl seine blaue waffe ist hat minus 70 prozent krit hat die ja habe ich auch wie scheiße auszeichnungen yeah jetzt haben wir noch den goldenen rathalus und selber einen ratian oder andersrum ach so rum so rum er ist der ratian weil der ist ja rein theoretisch schwächer damit wir uns zu kriegen ich glaube der ratian ist aber golden so meinte ich in der hinsicht also kam war nur was zum hauen ja klar ja noch ein paar sachen hallo nimmst du einfach die quest ab jetzt an oder sollen wir selber erst die drei vier machen die zählen ja trotzdem für uns glaube ich soweit ich weiß ja sollte gehen also wenn ihr rein könnt wenn ihr die quest annehmen könnt dann ist es ja egal dann können wir das ja auch noch danach machen ja komm dann lass doch direkt gas geben dann brauche ich nicht unterbrechen ja annehmt fallen mit fallen dabei neue neue heilung ding jetzt da und dann war nämlich alles immer mit tränke ja die schenke gehen langsam leer lebenspulver dabei und was fressen nehmen wir mal den caviar und die trüffel ich muss jägers da halten jägerrang limit entfernt jägerrang off wat ich bin jägerrang level 33 ja nooo war doch klar hat man dann hochstuft so ja klar aber so krass ich guck ich guck gerade nochmal zum waffenschmied weil der hat ja jetzt wahrscheinlich auch dann diese diamirales waffen jo alter praritätsszen ich könnte eine sogar schon fast herstellen ja zimmer da muss ich mir mal reinziehen das klingt interessant ich kann mir sogar eine herstellen wat da geh ich auch mal kurz schwertschild kann ich mir schon herstellen warum ja warum nicht weil du jetzt so viel gelootet hast oder wat scheinbar den hammer kann ich auch fast herstellen da fehlt mir nur einen miralfeuerrücken was sonst kann ich den schon herstellen krass ist das denn ey 1100 schaden und 500 feuerschaden krass doppelkling me me giddonova boah krass lol mirale schmelzt da nur noch einer mirale nur mirale nur also einmal kill dann hätten wir das glaub ich ja kein wunder dass jeder mit den waffen davon rumrennt lol das hat auch 1008 schaden und 600 feuer krass alter rarizid 10 super krass ja und kann die rüstung denn wat stimmt ich guck mal nach nach rüstung da ist ja noch was 106 verteidigung der helmen krass wie sieht hier aus die rüstung von dem viech die hab ich glaube ich noch nie gesehen nö die hab ich noch nie gesehen warum hat die sich keiner hergestellt wahrscheinlich hat die voll die scheiße effekte so dann guck gleich mal ob er die quest annehmen könnt ja und unterstützt irgendwas ach sieht gar nicht so schlecht aus gut gehen wir schnell rüber und nehmen die quest an ok ich mach mir grad ein leckerli ja leckerli ich hab schon wir fangen mit dem rad halos an aber nicht mit dem rad hier an ja meintest er gerade weil der silber anforderungen nicht erfüllt anforderungen nicht erfüllt mayday 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 wir müssen einen riesenviech dreimal machen wo sind wir und wir haben keine ahnung wo wir sind frag ich mich auch ich dachte schon das wäre für ihn Forscher what the fuck man da wo einer kentert wir sind im himmel ui das sieht aber cool aus genau jetzt stehen wir auf einmal hier unten der ort ist von äh Monster Hunter Frontier von diesem online Monster Hunter was nur in korea ist da hab ich ein video gesehen da war genau das gebiet wow die schweine kopieren die einfach ihre eigenen spiele so was ist da für ein Rathalos genau oh einer der mich tot macht das ist der silberne Rathalos und danach töten wir noch den goldenen Rad hier an ok fuhh Fakt Fakt ich konnte mich keinmal bewegen ich bin weggerollt ja du musst dich doch nicht wieder ähm ich bin weggerollt und war tot hast du mal die bewegungsgeschwindigkeit von dem Viech beobachtet der ist doppelt so schnell wie die anderen von allen Angriffen her das ist richtig cool das schöne ist ja meine Rüstung ist ja so schön gegen Drachen das ist richtig ja warum ziehst du dir noch was anderes an du blöd mal weil ich nichts anderes hab also nix starkes ach ja wie schnell der hochfliegt und landet ich komm ja nur zum ausweichen mit meiner Ausdauer leid einfach aimbot an meine Waffe ist dafür total unnütz kann ich mal kurz stehen bleiben alter oh krass oh krass warte sein kopf ist zu stark ja ich komm auch nicht durch lol wie was hat der fürn guck persönlich bin wieder tot alter bist du schlecht bist du schlecht beobachte doch mal was mit mir passiert wie geil okay vor allem vor der Aufnahme hat der Zomir noch gesagt dass das ja total einfach war jetzt eigentlich G-Rank ja das sollte eigentlich alles schaffen oh nein der will mich ne der will mich doch nicht alter wie krass ui aber okay die mir denken können wenns schon bei den anderen so war mit der Rüstung ist ja der Hammer ich mach mal ne Falle okay ich versuch gekonnt weiterhin auszuweichen du bist ja eh wieder tot Manu na toll oh Mist so mir hat mich umgehauen ja und den Drachen der äh die Falle liegt ne dann gehen wir da mal vor okay das ist richtig das ist perfekt für die Falle natürlich find ich auch ja ich kann nicht mehr alter macht der da lauf vor allem wie das hier voll die Arena ist Achtung Peter lauf doch nicht in mich rein ich rufe hier noch Achtung na was machst du denn ich muss mich Schlag aufladen ach so ich will mein Ausdauer geht halt dabei leer dafür musst du Freunde hauen oder wat kann der mal komm mal herkommen der hat kein Bock mehr der sieht die Falle dem ist halt nicht geheuer drauf dann bitte jetzt ins Gesicht sagen oder ist es ihm egal danke wunderbar los Angriff oh so Rona den auch sehr gut passt auf boah boah mega Trank also ich glaube nicht dass wir den schaffen da hast du immer boah alter du bist vergiftet wie geil dann ist das an mir nur einmal hauen muss warum wolltest du mich treten somebody hä du hast du gerade an mir getreten oder nicht nein eigentlich nicht da wird so aus wegen der sicherheit ich meine ich bin voll aber ich bin vergiftet und bin wahrscheinlich in den monat oder vorpiss dich starkes gift oder schwaches aber das ist ihm auch abgefallen recht schwaches also das andere war ich krasser oh mein god das ist weg geht auch recht schnell weg hatte ich nur mal einen kleinen trank der reicht los kipp oh ok geklappt war schon am fallen oh yeah lol wie man den kock noch nicht mehr treffen kann hast du noch abgefallen ja hörner ah ok ich würde den looten wenn wir die jetzt nicht schaffen haben wir wenigstens den kock bekommen ich sehe mich noch nicht mal so bin ich raterlos hülle lol es raterlos peitsche oh gott nein er will nicht da nicht looten mach mach heal für alle heal für alle ich wackele mein stick hin und her geil da bin ich wieder ja jetzt kann ich looten komm fall um jetzt loot doch also müssen wir allgemein machen ne wenn er jetzt ihn wen von uns nimmt direkt äh gielen der mag das nicht wenn ich an deinem kock bin also kannst du ja sagen warum du immer mich will ist los hier ne weil du das opfer bist und der opfer ich hab mich gekockt ja machen die gerne boah sauber umgekippt was los das ko und in die andere richtung mein gott was macht ihr denn jetzt aber holt alles raus was ihr habt eh paar switchen oder ist ja 8 minuten ne ja könnte man tun dann wäre jetzt der zombie dran bin ich dran dann würde ich sagen guck in die playlist tschüss